Hallo und herzlich willkommen auf Schwarzwald Cruiser TV. Heute geht es weiter mit dem Umbau des Zugfahrzeugs für den Fahrradwohnwagen. Endlich ist mein Barfangmotor gekommen und den baue ich heute ein. Also los geht's. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ja, das hat doch wunderbar geklappt. Also ich fand, der Einbau war echt super zu machen. Ist ein super Set. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Jetzt gucken, was die Probefahrt bringt. Untertitelung. BR 2018 Ja, was soll ich sagen. Also der Motor überzeugt auf ganzer Linie. Ich bin so begeistert davon. Jetzt muss er halt zeigen, was er auf Langstrecke kann, wie lange die Akkus halten und so. Aber die Performance, absolut genial bei dem Teil. Also damit freue ich mich schon, den Anhänger mal zu ziehen und das dann auszuprobieren. Aber erstmal werde ich jetzt mal solo damit ein bisschen rumgurken und gucken, wie lange die Akkus halten. Ja, ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten und für heute war es das dann erstmal. Dann würde ich sagen, schaltet auch nächstes Mal wieder ein und Tschüss.